Hallo liebe Kryptonauten, hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einem weiteren Kryptonauten Basic Video. Heute habe ich mir vier Begriffe ausgesucht, die ich euch gerne erklären möchte. Ich denke, vier Begriffe, die oft Fragen aufwerfen und oft der Unterschied nicht klar ist. Fangen wir an mit der größten Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Coin und einem Token? Daher der erste Begriff, Coin. Ein Coin ist, wie der Begriff schon verrät, zu vergleichen mit einer Münze, mit der ich bezahlen kann. Zum Beispiel der Bitcoin ist etwas, mit dem ich bezahlen kann, eine Verwendung hat und er läuft auf einer eigenen, separaten Blockchain. So wie Ethereum, also Ether, auf einer eigenen Blockchain läuft, Cardano, ADA, Polkadot, DOT, EOS als EOS und so weiter. Somit ist ein Coin etwas, was auf einer eigenen Blockchain läuft und man kann meist damit bezahlen und handeln. Zur Nummer zwei, was ist ein Token? Ein Token ist etwas, was schon auf einer vorhandenen Blockchain aufsetzt. Das heißt, eine Blockchain, die bereits existiert und dort werden Tokens aufgesetzt. Somit sind Tokens auch Währungen, die auf einer bereits vorhandenen Blockchain aufsetzen, aber ich kann natürlich auch diese handeln. Tokens können auch Anteile von neuen Unternehmen, wie zum Beispiel Startups sein, die dort verkauft werden und damit das Startup bzw. das neue Unternehmen Geld generieren kann. Kommen wir zur Nummer drei auf meiner Liste. Was sind Smart Contracts? Ja, Smart Contracts sind schlaue Verträge, sogenannte Wenn-Dann-Verträge. Grob umgesagt, wenn etwas passiert, dann passiert das Nächste. Das heißt, ich habe mal in einem Video das Beispiel gebracht, wenn ich mir ein Auto kaufe und ich sende dort Geld in diesen schlauen Vertrag und erst, wenn der Verkäufer das Geld erhalten hat, dann bringt er das Auto in die Auslieferung. Aber es gibt auch noch genug andere Beispiele. Zum Beispiel Crowdfunding. Wenn jetzt ein neues Unternehmen Geld sammeln möchte und keinen Token machen möchte, dann gibt es ja, wir kennen es alle, Crowdfunding. Dies könnte man auch mit Smart Contracts erledigen, indem man einfach sagt, ich brauche eine Million US-Dollar und erst, wenn diese eine Million US-Dollar erreicht sind, dann erhält das Unternehmen diese eine Million US-Dollar und wenn diese nicht voll erreicht werden, dann gehen diese komplett zurück zu den ursprünglichen Besitzern. Somit werden Crowdfunding-Plattformen komplett ohne Menschen möglich. Anderes Beispiel zu Smart Contracts wären Notar, Anwalt und so weiter. Zum Beispiel in Ländern, wo die regulatorischen Maßnahmen noch nicht so vorhanden sind wie in Deutschland bzw. in der EU, ist es möglich, dass man durch Smart Contracts zum Beispiel Notare einfügen könnte, ohne dass es ein Mensch erledigt. Wenn du das Geld für ein Haus bezahlt hast und wenn der Verkäufer das Haus abgibt, dann passiert dies durch einen Smart Contract und man müsste keinen Notar dafür aufsuchen. In den europäischen Ländern wird dies sehr wahrscheinlich nicht so kommen, da, wie gesagt, die regulatorischen Maßnahmen so vorhanden sind und nicht einfach geändert werden können. Kommen wir zum Wort Nummer 4. DLT. DLT. Bestimmt schon einmal gehört, was heißt das? Distributed Ledger Technology. Ja, was heißt das jetzt? Und zwar groß gesagt, die ganze Technologie, auf dem die Blockchain basiert. Diese Technologie ist eine Art elektronischer Datenverarbeitung. Sie wird auch oft als verteiltes Kontenbuch bezeichnet, weil dort Teilnehmer reinschreiben und lesen können. Wir kennen das vom Bitcoin. Die ganzen Miner, die in den Blöcken reinschreiben, welche Transaktionen, Kauf, Verkauf und so weiter vonstatten gehen. Jeder kann in diese Blöcke einsehen und das ist dieses verteilte Kontenbuch. Ich hoffe, ihr konntet die Begriffe etwas besser verstehen oder zumindest verstehen, was sie heißen und was sie bedeuten. Und ich werde euch in den nächsten Begriffserklärungen weitere Begriffe erklären, die ich am Anfang oft nicht verstanden habe und mir nach und nach notiere. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich solche Videos anfänglich gehabt hätte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Like da. Lasst uns gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.